Musik Also ein alkoholfreies Bier ist für mich in erster Linie auch Genusssache. Und wenn ich Genuss erfahre, belohne ich mich auch. Und dieses Belohnen finde ich ein ganz wichtiges Attribut. Der Genuss, das ist ein ganz persönlicher Moment beim Essen oder auch bei Getränken. Und demnach ist für mich Freude auf ein gutes Getränk, auf Bitburger 0,0. Egal in welcher Geschmackskategorie oder neutral als Pils, immer eine richtige Entscheidung.